Na Leute zusammen, mich hier ist wieder heute, ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologie Fragmente und zwar wollen wir versuchen Zinnrock rauszuziehen. Dazu habe ich ein bisschen was gefarmt und zwar haben wir hier insgesamt 100 Kisten und zwar restaurierte Artefakte sind das. Die werden wir jetzt hier in Mists of Pandaria bei einem Händler und zwar hier bei Bran umtauschen gegen ein paar Troll Relikte. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, machen wir hier mal TSM an. Troll haben wir hier, trollische Artefakte. Da nehmen wir jetzt 100 Stück, kaufen die mal und ja, aus denen müssten wir jetzt einige Fragmente rausbekommen. Es zieht sich jetzt hier so ein Ticken, bis er die alle ins Inventar reinpackt. Und dabei kann ich euch jetzt mal meine Tabelle zeigen. Ich habe jetzt mal meine ganzen Twinks durchgeloggt und mir mal aufgeschrieben, wie viele Tries, also wie viele Solves ich habe, also Items, die ich zusammengebastelt habe. Und mit dem Paladin bin ich aktuell bei 340. Und mit den anderen Chars, hier der Priester hat 25, mein Main, der ist bei 96. Hier haben wir 13, 51, 51, 16, 17, 23 und so weiter. Also da haben wir mit denen schon teilweise ein paar Sachen gemacht. Und ich habe jetzt hier auch mal aufgeschrieben, welche Rare Items das schon haben und welches das erstes bekommen haben, beziehungsweise das zweites. Man kann das nämlich tatsächlich sogar relativ gut sehen, wann die, sogar auch die genaue Uhrzeit, das ist schon ein bisschen creepy, muss man sagen, wann man was bekommen hat. Und wenn ihr jetzt guckt, insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, also das nur die Troll Solves quasi, bin ich bei 632. Und ja, jetzt werden wir heute noch ein paar oben draufhauen, hätte ich gesagt. So, die Trollfragmente haben wir im Inventar. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt hier das Ding aufmache, sehen wir das hier, ne, und dann gehen wir zum Beispiel auf Troll und dann kann man zum Beispiel hier ganz genau sehen, wann ich das Ding geholt habe. Das habe ich am 13.04.2024 um 20.59 Uhr geholt. Oder hier 20.57 Uhr, ne, also da sieht man genau, wann ich was geholt habe. Und über die Daten habe ich es geholt. Zum Teil habe ich Sachen 2010 aufgemacht, ne, also Vogelwild. Gut, ähm, oder 2014, irgendwie sowas ist auf jeden Fall schon ewig her. So, dann machen wir jetzt mal die ganzen Kisten auf, hätte ich gesagt. Dazu machen wir aber hier erstmal das Fenster auf und schauen, dass wir nicht overcappen. Ich habe mir nämlich da ein schönes Makro gebastelt und damit kann ich quasi die Kisten übers Makro aufmachen, ne. Dann muss ich die nur mal einzeln anklicken. Ist immer ein bisschen angenehmer. Was halt wichtig ist, wir müssen schauen, dass ich nicht auf glatte 200 komme. Denn, ähm, die, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel 195 habe und da eine Kiste aufmache mit zehn Dingern, dann kriege ich trotzdem nur fünf. Oh, fuck, ich sag's noch und hab's verkackt. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich ein, zwei Fragmente verloren, aber ist jetzt nicht wild, ne. Beim nächsten Mal müssen wir da aufpassen. So, also das war beim ersten drinnen Ding, irgendein graues Ding. Okay, da haben wir nix. Dann haben wir hier ein Zepter. Packen wir immer noch schön die Trolltafeln rein. Die sorgen nämlich dafür, dass wir ein paar Fragmente sparen. Und ja, jetzt werden wir halt wahrscheinlich 90% irgendwelche grauen Sachen kriegen. Aber, ich hoffe, dass bei einem von den Dingern auch zusätzlich Zinnrock mit Deboni ist, dass ich das zusammenbasteln kann. Drückt mir ganz, ganz kräftig eure Däumchen. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein paar Dinger auf. Und dann gucken wir mal. Eigentlich hätte ich jetzt auch mitzählen können, wie viel ich aufgemacht habe, um das dann wieder richtig in die Tabelle einzutragen. Aber, das mache ich, glaube ich, nach der Aufnahme. Dann zähle ich nochmal ein bisschen durch. Lass mal wissen, wo wir aktuell stehen. So, okay. Wir haben nicht overcapped, ne. Ich hatte hier noch so ein Ding drin. Oh, jetzt habe ich eins ohne so ein Teil aufgemacht. Das ist natürlich jetzt auch nicht so clever. Mittlerweile habe ich jetzt die Hälfte schon durchgehauen, ne. Jetzt habe ich noch 151. 300 habe ich insgesamt mal gekauft gehabt. Also, so langsam geht das schon weg. Ach, guck mal. Die Teile stacken auf 20. Am Anfang habe ich die mal verkauft, ne. Und jetzt habe ich die momentan gelassen, dass ich mal so ein bisschen Überblick hier auch habe. Okay. Müssen wir da ein paar aufmachen. Ach ja. Das ist schon so ein Todesgrind. Ich sage es euch. Für die 100 Kisten habe ich jetzt schon wieder ein bisschen über drei Stunden gefarmt. Und so wie es jetzt aussieht, aktuell noch nichts rausgezogen. Ich hoffe, dass es jetzt halt drin ist, ne. Ich hoffe, ihr drückt mir ganz arg die Daumen. So, jetzt machen wir wieder langsam hier. 198. Komm, komm. Jetzt. Zinnrock. 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 Gib mir den Loot. Ja, sieht eher schlecht aus, ne. Kann halt nach jedem, nach jedem Solve kann es halt drin sein. Theoretisch. Aber wenn ich da so auf WoW Head nachgelesen habe, da sind manche bei 1000 aufwärts, ne, Solves. Und ich habe jetzt auf dem Paladin, ne, wo ich jetzt angefangen habe, 340 insgesamt auf dem Account. Bisschen über 600. Ja. Glaube ich, das könnte schon noch ein längerer Ritt werden, tatsächlich. Außer ich habe jetzt nochmal Glück. Viele haben es auch bei so 300 rum bekommen, ne. Also ist jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich. Ich habe mir jetzt auch wieder eher zu entschieden, die Kisten zu farmen, als in den östlichen Königreichen rumzueiern. Weil ich es irgendwie angenehmer zum Farmen finde, muss ich sagen. Wahrscheinlich hat man sogar einen Ticken mehr, wenn man direkt die Trollteile farmt. Aber da musst du immer so weite Strecken hin und her düsen. Hast du ständig diese anderen Sachen dabei, wo ich die, wo ich die Felder quasi nicht so in- und auswendig kenne. Und, ja. Da bin ich jetzt bei den, bei den Mantis-Gedönse schon lieber unterwegs, sage ich ganz ehrlich. So, dann schauen wir mal. Jetzt noch ein Solve. Und was ist drin? Vielleicht jetzt Zinnrock? Ne. Also, war mal wieder eine komplette Nullnummer. Wir können jetzt noch zum guter Letzt einmal die Dinger kurz zählen, hätte ich gesagt. Packen wir das auch noch rein, dass wir, komm wir machen das aber einmal hier transparent. Also, wir haben hier eins. Achso, warte, muss ich ein bisschen weiter rüberziehen. Dann haben wir hier eins. Dann haben wir hier 28. 26. 32. 31. 30. 21. 23. 20. Halt, wo ist es jetzt hin? Da haben wir 23. 28. 28. 28. 24. 24. Moment, irgendwie kann das nicht sein. Wir waren vorher auf 41. Und jetzt bin ich auf, äh, auf 40 waren wir vorher, jetzt bin ich auf 41. Also, irgendwo haben wir mich verzählt. Oder ich habe mich vorher verzählt. Ähm, komm, jetzt rechne ich es nochmal kurz gegen. Also, hier hatten wir zwei. 28. 26. 23. 31. Essig. 21. 20. 20. 23. 28. 28. Ah, ich habe mich vertippt. Ich glaube, das machen wir dann nochmal in Ruhe. Keine Ahnung. Also, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ist ja auch wurscht jetzt. Ich werde es dann beim nächsten Video einfach nochmal zeigen. Und, ähm, ja. Gut, diesmal war es aber leider nichts. Ich würde sagen, ich farm jetzt wieder ein paar Relikte. Ich muss mal gucken, wie ich es mache, ob ich jetzt weiter mit dem Parler farm oder ob ich immer mal wieder zwischendrin auch einen neuen Charm fange. Es gibt ja immer noch diese Theorie, die ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte, dass die ersten beiden blauen ein bisschen schneller kommen. Ähm, das stimmt zwar prinzipiell, aber ich weiß halt nicht, ob eins davon auch Zinnrock sein kann. Also, aktuell sieht es eher nett danach aus. Aber vielleicht probiere ich es nochmal mit einem anderen Charm. Aber gut, je nachdem, ne, wie es halt ist. Äh, werde auf jeden Fall wieder ein bisschen was farmen. Und dann, sobald ich wieder 100 von den Teilen habe, melde ich mich wieder. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.